so was leute willkommen zurück zu dark souls ja jetzt habe ich mich auf online gestellt jetzt sollte hoffentlich alles passen moment die kleinen scherben kann ich mir immer wieder kaufen mit dem kulzschwert schlage ich schnell zu was macht wahrscheinlich nicht viel schaden breitschwert meine ich nicht kurzschwert steht da nicht wie viel schaden das macht 82 glaube ich 73 aber nur die hälfte mit dem bin ich sogar noch schneller kann ich nicht tragen so ja gut damit kann ich nicht umgehen nehmen wir bald schwert schon wesentlich eher so schauen wir mal ob ich fehle natürlich würde ich fehlen ich könnte die waffe eigentlich stärker machen ich werde jetzt noch mal zuversuchen und wenn ich dann noch mal verliere wenn ich noch mal verliere dann werde ich mal so eine kleine scherbe da verwenden muss erst rausfinden wie die funktionieren ok das war schon mal ganz in ordnung aber der bogenschütze antwort schütze meine ich da hinten der geht mir so ein bisschen auf den sack ich müsste das dolch irgendwie üben ja da moment nehm in schweren angriff ging es glaube ich ja trink du mal das erlaube ich dir jetzt mal komm weiter her wie ging denn das nach oben drücken und im selben moment angreifen aber irgendwie klappt es bei mir nicht oder ich mache es falsch hat mich nicht gehört doch jetzt ja da ist er schon sollte mehr mit den zeitwärts rollen arbeiten ok ich habe nichts gesehen wegen der säule ok oh gerade noch ich weiß nicht ob das was ich hier mache wirklich richtig ist nein ich bin konzentriert ich weiß oh gerade noch ich will dir auch nur in den rücken stechen so nein er hat ein zweites mal ich habe es zu spät gesehen warum geht er zurück nein unterlasse er das auf ja kleine scherbe ich hoffe einfach mal du bleibst tot ich weiß nicht ob er wieder kommt ich werde jetzt mal zurück gehen und nicht zum lagerfeuer hin hocken oder lass mich los kadaver ja das war mein erster triumph gegenüber ein schwarzer ritter schön ich werde jetzt übrigens auch das mit der kleinen scherbe testen und was ich schon gemerkt habe mit großen schweren waffen die schaden machen komme ich nicht weit ich muss eher die kleinen waffen die schnellen verwenden so ich hoffe einfach mal dass sie jetzt gespeichert ist so testen wir mal das mit der scherbe ich stehe auf deinen ambush drauf und du haust mir aufs bein Waffe verstärken die da die da Peitschhörte meins verstärkt danke achso jetzt hat es 90 achso moment 90 ich mache es jetzt nochmal 98 ok das ist wirklich der schaden alles klar ich mache es mal ich weiß jetzt nicht ob das ein Fehler ist oder nicht nicht genug Schmiedematerial werde ich das mal ändern so Scherben kann ich jetzt nicht mehr kaufen ich habe schon alles ausgegeben ich finde nicht versiedelt die Tür inmitten des Waldes Artorias Wappen Verstärkung von Waffen und Lagerfeuer ach so Oh, ähm, ja gut, jetzt habe ich schon alles ausgegeben. Ist natürlich schön blöder. Naja, egal. Das heißt... Funkeltitanit. Kleine Scherbe habe ich noch zwei, aber da fehlt mir noch eine. 114. Mein Schwert ist jetzt stärker als eine Hellbade. Schön, schön. Aufsteigen kann ich wahrscheinlich nicht. Nee, auch wie 4000. Also langsam weiß ich, wie der Hase läuft in dem Spiel. Auch wenn ich immer noch feile, aber so langsam bekomme ich minimalen Überblick. So, wahrscheinlich sind die Zombie-Typies jetzt wieder da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Mr. Schwarzer Ritter nicht mehr da ist, sonst habe ich ein kleines Problemchen. So, ich zeig... Aha, ich zeig mich mal kurz, so. Der eine da soll herkommen. Oh, Mann, verdammt, zu spät. 117. Das ist geballte Kraft. Das haut rein. Ja, der sitzt. Jetzt ist mein Schwert doppelt so stark. So, Ritter... Ist nicht mehr da. Ist das sonst noch was? Ja, da hinten sind zwei. Und da oben steht jemand. Sieht doch garantiert nicht freundlich aus. Da hinten ist eine Treppe. Moment, ich will die beiden Blue Latsche da hinten loswerden. Das heißt, ich muss... ...einen Umweg gehen. Das ist ja doof. Weil da steht ja auch noch einer. Ey, du da. Mist da. Oh, oh. Ja, das... ...sieht um ehrlich zu sein gut aus. Weg da. Ich muss auf meine Waffe aufpassen, weil ich muss sie irgendwann auch reparieren. Warum schlägst du zu? Also, ich hier. Ich wollte treten. Ja, mach die Waffe kaputt, ist klar. Hm. Ich höre einen. Da kommt mir sie auch einer. So, da kommt der eine. Genau. Oh, das war's schon. Hallo, du? Hey, Mister. Ich höre doch einen. Hallo, du solltest mich schon lange sehen. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Ah. So. Nein, da darf ich jetzt nicht zuhauen. Da erinnere ich mich. So. Der hat mich erschrocken. Das heißt, jetzt sollte der kommen, oder? Ey, Mister. Da kommt er. Hä? Hallo? Ja, jetzt kommt er. Das kannst du ja sonst wo hinstecken. Ja. Der rastet aus. Nein. 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 Okay, jetzt. Moment, da vorne liegt was. Ich höre was. Moment, jetzt. Wie bei mir sollte doch der eine da sein? Dem traue ich irgendwie nicht. Ich glaube, der da oben ist böse. Der da. Hm, sieht auch so verlockend aus. Feuerhüterseele. Ich glaube, die brauche ich. Hm, was mache ich jetzt am besten? Raufgehen und mich umschauen. Wenn ich verliere, dann, ja. Ja, da steht ja noch einer. Hallo. Ich hacke dir die Beine ab. Ah, nein, 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 nein. Herr, ich gehe lieber ein Stück zurück. Was macht der da hinten? Der zaubert irgendwas. Balderrüstung, danke. Ich muss mich weiter aufsetzen, um gut erkennen zu können. Was macht der da? Er schießt auf mich, ja, danke. Und er beschimpft mich auf eine fremde Sprache. Na, warte. Ja, das sind Typis. Ah! Toll, jetzt verfolgen sie mich. Schnell! Du verfolgst mich? Oh! Was? Alles klar, mein Freund. Alles klar. Ich habe ja noch die Feuerhüteseele, oder? Wie viel war denn die jetzt noch schnell? Stark hatte Macht des Estusflakons. Ah! Hm, ja toll, jetzt habe ich keine Seelen mehr. Ich glaube, das Kriegste ist jetzt hinzurennen, meine Seelen zu holen und wieder abzuhauen. Und der schwarze Ritter ist ja nicht mehr da, aber diese anderen Kleinen. Wie, wie rennt der man noch schnell? Ach, naja, muss ich eben wieder nachgucken, wie man rennt. Hallo. Komm her. Der da. Ja, ja, die Säule steht im Weg, nicht wahr? Da müsste ich auch gucken, wie ich meine Waffe repariere. Brauche ich dafür auch Seelen? Wahrscheinlich schon. Und jetzt der da. Dieser eine Magier da, der ist schon ein bisschen hart. Ich habe mich, egal, ich habe mich eigentlich geschützt, weil ich habe die Taste gedrückt zum Schild auspacken, aber nein. Steht jetzt wieder da oben? Ja. Der triumphiert jetzt, weil er mich getötet hat. Oh, stimmt, du warst ja auch noch da. Oh, oh. Ja, das muss ich gleich einsammeln. Faustschild. Hatte ich schon mal ein Faustschild? Glaub nicht. Naja. Ich würde jetzt eben gerne auch zurückgehen und mit diesem... Was war das? Zwiebelritter? Keine Ahnung. Ja, die hat den Namen geschrieben, aber ich habe ihn leider vergessen. Ich glaube, er hat ihn geschrieben. Weil er meinte so, ey, da hast du nicht mit dem geredet. Du musst dir öfter anlabern. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, war mein Fehler, ich weiß. Naja. Kann man nicht mal nix machen. So. Aufsteigen kann ich leider noch nicht, aber ich kann mir angucken, was ein Faustschild ist. Was schwach ist. Na ja. So, ich nehme an, der hat jetzt gespeichert irgendwie. Ich könnte meine Waffe eigentlich noch mehr verstärken, aber ich müsste sie auch reparieren. Was hast du mit dem reparieren? So, dann... So, dann... So, dann... Na, schade. Ich mache meinen Breitschritt jetzt immens stark. Ja, ich werde aufpassen. Danke. Oder kann man das nur bis maximal plus 5? Naja, egal. Ich möchte trotzdem mal gucken, wie mächtig mein Schwert jetzt ist. 123, die mächtigste Waffe, die ich habe. Ähm, na ja. So ging das, glaube ich. Waffelschmiedekiste. Ja, das weiß ich. Gut. Dann würde ich sagen, das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss Mal. Tschüss Mal.